Nutzt eigentlich außer uns noch jemand diesen Wasserspender? Weiss nicht. Wir könnten aber die Wasserspende saisonal upcyclen, um die Nutzungsintensität zu steigern. Schraubenzieher, Gabenschlüssel, Kupferrohr, Teestück, Säge, Autsch, Tupfer! Schnellpflaster! Kugelventil! 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 Fertig von Lucy! Einsatzbereit! jetzt erhältlich in den geschmacksrichtungen hot bubble tea strawberry flavor cappuccino fünf minuten terrina gar nicht so schlecht aber nur für kurze zeit so 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 so